Guten Tag. Eine Frage. Ich oder ich? Ich. Ich. Okay, danke. Wie heißen Sie? Mein Name ist Claudia. Claudia. Wie schreibt man das bitte? Claudia. C-L-A-U-D-I-A. Danke. Und wo wohnen Sie, Claudia? Ich wohne in Bonn. In Bonn. Sind Sie in Bonn geboren? Nein, ich bin nicht in Bonn geboren. Wo sind Sie geboren? Ich bin in Emmerich geboren. Das ist an der Grenze zu Holland. Ah, wie schreibt man Emmerich? E-M-M-E-R-I-C-H. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin nicht mehr verheiratet. Okay. Und haben Sie Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Sie heißt Katja. Sie ist 15 Jahre alt. Danke. Und haben Sie auch Brüder oder Schwester? Ja, ich habe eine Schwester. Sie lebt nicht in Deutschland. Sie lebt in Österreich, in Wien. Und wie heißt Ihre Schwester? Meine Schwester heißt Britta. Britta. Wie schreibt man Britta? B-R-I-T-T-A. Was sind Sie von Beruf, bitte? Ich bin Deutschlehrerin von Beruf. Okay. In Troisdorf. Ja. Ich unterrichte seit 20 Jahren Deutsch in Troisdorf an der Volkshochschule. Und spreche Sie andere Sprachen? Ja, ich spreche ein bisschen Englisch. Ich spreche ganz gut Russisch. Ein bisschen Spanisch, aber nur ein bisschen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.